Abschied am Bahnhof der russischen Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine. Diese Eltern bringen nach Angaben der russischen Behörden ihre Kinder zum Zug. Grund sind demnach wiederholte ukrainische Angriffe auf die Stadt. 5000 Kinder wurden bereits weggebracht. 1300 von ihnen sind bereits in St. Petersburg und Bryansk angekommen. Ich bin den Verantwortlichen dort dankbar, dass sie die Kinder wie ihre eigenen angenommen haben. Kinder, die in der Region zurückblieben, würden künftig nicht mehr in Schulen unterrichtet, sondern per Distanzunterricht, erklärte der Gouverneur weiter. Geschäfte dürften erst wieder öffnen, wenn das Personal in erster Hilfe geschult sei. Die Region ist zuletzt wiederholt von der Ukraine angegriffen worden. Am Freitag war beim Absturz einer ukrainischen Drohne ein Mensch getötet worden.